Ich will keine Einschätzung der ersten 45 Minuten aus. Die Ausgangslage ist komfortabel. Wenn Sie nachlegen, dann haben Sie es schon früh geschafft. Ansonsten müssen Sie aufpassen, dass der Gegner sich nochmal den zweiten Atem holt. Mit einem 2 zu 0 geht's in die Pause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die haben verzweifelt auf den Ausgleich gedrängt, waren nah dran, aber wie heißt es doch so schön? Es hat nicht sollen sein. Wie eng dieses Spiel war, sieht man am Ergebnis. Am Ende hat die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen das Spiel gewonnen. Woking hat es bis zum Schluss mega spannend gemacht. Eine tolle Leistung. Es sah lange Zeit nach einem Unentschieden aus, aber das, was passiert ist, das passiert eben, wenn eine Mannschaft an sich glaubt. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Ebenfalls vielen Dank. 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 Und rein damit. Sie haben gut gearbeitet für dieses eine Tor und sie haben am Ende verdient gewonnen. Das war's für heute. Und vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank natürlich auch an Hansi Küpper. Ich muss mich bedanken. Hat wieder mal viel Spaß gemacht. Ich muss mich bedanken. 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 Ich muss mich bedanken.